hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben den ersten dezember ja und es ist auch schon abends ich war unterwegs hab geburtstag bier getrunken also jetzt noch mal hier alles gute zum geburtstag justin und sofern noch da ist auch der iskan da in hannover aber wir öffnen jetzt das türchen und wie so ist da ist die 1 und start macht die gerze im netto adventskalender ja und wie so ist hier ich mache es jetzt kurz im kaufland adventskalender das sieht man schon über den weihnachtsbaum sein der wahrscheinlich darauf hindeuten soll dass man weihnachtsbaum kauft da wo ich mir jetzt nicht sicher bin dass es der aldi ist eine medaille 1 auch hier kommt der weihnachtsbaum schon zum vorschein bei diesem adventskalender ist das sagen dass ich den gestern abend auf einmal im nidl gefunden habe im aldi weiß ich gar nicht ob ich da wirklich geholt habe deshalb es kann auch sein dass er aus dem nidl ist und weiter hier unten ist die 1 da unten machen wir jetzt schnell das türchen auf wenn es nicht erkennbar war es ist auch eine gerze so jetzt kommt es zum alkohol und wir müssen natürlich da dahin zum vorschein kommt irgendwas anderes sehen wir uns mit hoher wahrscheinlichkeit mit alkohol und den habe ich gestern abend auch im nidl gesehen statt 6 49 399 mal nicht ganz gewesen jetzt komme zu dem der aus im aldi ist wie es so ist es kommen die kerze zum vorschein sage ich mal bitte like das video lassen abo da wir sehen uns morgen wieder an einem samstag